Musik Willkommen hier in Hamburg. Die Hamburger empfangen die Hoffenheimer. Und in unserem Bundesliga-Spieltag ist es bisher richtig ausgeglichen. Nach der Nullnummer gab es einen 3-1-Erfolg für mich, dann einen 3-1-Erfolg für Mucke. Mal abwarten, wer jetzt hier vielleicht in Führung geht. Immerhin haben wir bereits ein paar Tore geliefert und konnten einen Elfmeter bewundern. Pfosten, Latte, das fehlt noch. Ja, Latte hatte ich schon. Stimmt, Latte hattest du schon. Es fehlt hier noch ein Eigentor. Ja, und wir haben momentan erst ein Unentschieden zur Buche stehen. Das ist ja auch etwas Wertvolles. Ja, das stimmt allerdings. Ja, nur das Problem ist, am Schiedsrichter hat sie nichts verändert. Es ist immer noch unser Heim und die Deller schafft. Wirklich, ich glaube, der hat mittlerweile die meisten Partien gefiffen. Das könnt ihr auf jeden Fall auf unserer Seite nachlesen. fifa-online-bundesliga.de Da fassen wir jeden Spieltag zusammen. Da gibt es auch eine globale Statistik von jedem Fußballer, jedem Verein, von Mucke und von mir. Und natürlich auch eine Einzelspielanalyse mit allen Zahlen und Fakten. Und dann lauf doch weiter, Müller. Ja, Hoffenheim hat es ja geschafft unter der Woche. Bayern zu schlagen. Bayern zu schlagen. Das stimmt. Die haben drei Punkte echt verdient. Jetzt müssen sie hier an Hamburg ran, die ja auch im Aufwind sind. Die haben zwar verloren gegen Dortmund. Hm, 3-0. Aber Hamburg darf nicht schwächeln. Also auf der einen Seite natürlich, man will nicht schon wieder über die Relegation die Klasse halten. Und auf der anderen Seite Ingolstadt lässt nochmal grüßen. Die können da nochmal rankommen. Ja, das Ding ist für Ingolstadt noch lange nicht gelaufen. Zwei Siege hintereinander hier. Ja. Wichtig. Ingolstadt zeigt, was Kämpfen heißt. Hm. Da stimmt die Moral, da stimmt der Einsatz. Also Ingolstadt gefällt mir zurzeit echt gut. Ja. Da müssen sie alle nochmal aufpassen. Sollte Ingolstadt den Abstand komplett auf Null drehen, kann man auch noch komplett absteigen. Ja. Statt über die Relegation zu müssen. Wo rennt der hin? Spannende, spannende Bundesliga. Ja. Ja. Ja, man muss ja mittlerweile in der Bundesliga sagen, das ist spannend hinten als vorne. Ja, definitiv. Es ist immer vorne so lange spannend, solange die Verfolger vor Bayern nicht patzen. Ja. Weil Bayern hat jetzt zwar verloren, aber hat immer noch 10 Punkte Vorsprung auf Leipzig. Mh, das ist echt heftig. Eine Menge. Heftig, ja. Spannender und enger geht es auf jeden Fall in unserer Bundesliga zu. Ey, 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 ey. Jetzt habe ich getoten. Oh, er ist verletzt, ja. Ja. Danke, tritt nochmal drauf. Ja, er wollte ja nicht... Ja, hier, hallo. Heimo, da, da, da. Erwarte ich aber ein paar Karten. Heimo, ich hätte hier schon fünf Rote verteilt. Müller. Gut gesehen. Kam aber nicht so schön an. Steh auf. Das macht es aber auch mittlerweile spannend hier. Ja, mal wieder 0-0. Ja, das ist man irgendwie schon gewohnt, ne? Ja, die Tore fallen nicht mehr so schnell. Nee. Der Verletzte! Fuß ist wieder ganz. Ja. Wunderheilung. Einfach mal Muckes Spucke und dann hilft das schon. Ja, Muckes Spucke. Ey, das darf nicht sein. Da darf der nicht noch an den Ball kommen. Das geht nicht. Gott sei Dank. So, ich werde taktisch hier mal ein bisschen was ändern. Uh. Ah. Gefällt mir noch nicht hier der Zugriff zum Spiel. Das ist ein bisschen zu wenig von Hamburg. Oh, der ist hingefallen. Ja, das... ...hat jetzt super gepasst zu meinem... ...zu meiner Aussage. Ja! Da ist die Führung! Ich habe gar nicht mehr gesehen, wo der Ball ist. Das war mein Plan. Ja, klar. Taktik umstellen. Muckre darf Ball nicht mehr sehen. Ja. Check. Hier nochmal. Und wieder mal gehst du in Führung. Ja. Als ihr den Spiel, in der ein Tor gefallen ist, warst du bis jetzt immer du in Führung. Das stimmt. Einmal konntest du es nach Hause bringen. Einmal nicht. Mhm. Ja, wichtig wird es sein, hier nachzulegen. Und mal einen Freistoß zu geben, du Idiot. Idiot. Idioter. Arschgeiger. Ja. Oh, Kramaric ist wieder fit. Er rennt wieder als hätte... Als wäre die Seite nie gebrochen gewesen. Haben sie kurz getackert. Ja. Ja, das war aber jetzt mal... ...Freunde, ne? Der Nacht. Ja. Komm aber frei zum Schuss, hier. Mhm. Raus damit. Schön. Alter. So muss das. Oh! Ey. Ja. Hallo? Ey, was? Na. Das pfeift da dann. Ich glaub sogar gegen mich, oder was war jetzt hier? Guck, der guckt den noch nichtmals an. Der für mich. Ach der. Aber ich krieg gelb. Ja, zu Recht. Ach, das war doch nix. Hör auf zu flennen. Ha. Oh, schöner Pass. Latte. 42. Minute. Geh weg, der Mann. Ah, Heimow steht auf Körpernähe, komischerweise. Das ist doch zu wenig. Ui, der musste fliegen lernen. Mann, und schon wieder ist der Ball weg. Ohohohoho. Da pfeift der in dem Moment ab. Ist das ein Arschloch? Ey, da hatten wir jetzt aber am Ende wirklich Glück. Es gab einen Schuss, und den haben wir verwandelt. Das sieht man bei mir ja nicht häufig. Mucke mit mehr Möglichkeiten. Die Latte hat am Ende noch gerettet. Jetzt Ballbesitz. Ist Mucke überlegen. Schussgenauigkeit. Oh, hab ich 100%. Ach gut, bei einem Schuss ist das auch nicht so schwer. Passgenauigkeit wieder nur im 70er-Bereich. Mucke bei 85. Ja, ich bin gespannt. Also, das wird schwierig, das über die Zeit zu bringen, wenn Hamburg sich hier nicht gewaltig steigert. Und hör es dir an. Ich lieg sogar zur Pause mal vorne und werd ausgepfiffen. Ja, weil du scheiße spielst. Es kommt alles zusammen. Ist das krass? Du spielst, aber du spielst scheiße. Das erste Mal, dass wir zur Pause eine Führung haben beim Gastgeber und trotzdem die Pfiffe. Ey, das ist brutal. Meine Güte, ey. Ich glaube, das gab es auch noch nicht. Dass man vorne liegt und man wird ausgepfiffen. Hab ich so noch nicht mitbekommen. Also, ich habe freiwillig noch nie meinen Verein ausgepfiffen, wenn wir mal vorne lagen. Nee. Oh, da wurde aber aufgepasst hier. Ähm, ja. Das ist ein Schuss. Ja. Da gibt es die nächsten Pfiffe. Hätte ich am Auge gepfiffen, oder? War ja. Boah, da schießt man auch mal mit 75 noch besser. Ah, Müller passt auf. Ähm, naja. Mehr oder weniger. Aber er hat Schwein gehabt. Dass da noch einer von dir stand, sonst wäre ich, äh, ne? Ja. Definitiv. Ne? Ne? Oh, lauft doch. Ja, warum laufen? Man kann auch zugucken. Hallo! Oh. Hamburg. Reißt euch zusammen. Äh. 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 Ach, du bist viel zu schnell hier. So, Hamburg hat ordentlich zu tun. Geht hier um den Klassenerhalt. Oh, der war aber auch gezogen. Aber richtig. Ah. Aber irgendwann hast du noch Ball. Ist doch zu wenig. Betrieb hier vorne. Ja, aber du führst doch. Was hat die Klappe? Höhöhöhöhöh. Höhöhöhöh. Ah. Boah, Alter. Volles Risiko. Ah, gut. Das war denn... Ja, wenn du den nicht gehabt hättest, Baumann, ich hättest gefeuert. Ah, ne. Das, 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 sowas feuert, Mann. Also der Hallihovic hier passt aber... Oh. 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 Das war mal wieder ein richtiger Schuss hier. Oh, ja. Ja. Boah, was das glanzzart. Ey. Was? Ich werd hier geschubst, ey. Fuck, 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 fuck. Oh, den hatten wir im Prinzip schon. Oh. Torwart. Darf den nicht in der Hand... Alter. Ich schwöre nicht, ich hau den Ding, was fängt den Scheiß... Die Scheißregel hier. Jetzt ist Schluss hier. Gelbe Karte. Alter, du stinkst, Heimo. Alter, du stinkst. Du bist in vier Partien. Hier, geh mir nicht am Senkel. Oh, Heimo. Ist das ein Penner. Schön gemacht. Gute Flanke. Oh. Alle rennen sie daneben. Einsatz. Ja. Äh. Äh. Was macht der Stift hier? Der Stift attackiert mich. Mann, Hamburg, aufwachen. Wieso sind die so schnell... Schnell. Schön gemacht. Schön scheiße gemacht. Ja. Es reicht es. Es reicht. Es reicht. Boah, Alter. Okay. Komm, hier. Lila Karte. Das war mal kurz ein Statement. Alter Schwede. Wo ich überlege gerade... Ja, du überlegst noch jetzt bitte noch 40 Sekunden. Nee, nicht ganz so lange. Das ging ja dann doch. Aber super Freistoßposition. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Ich habe zwar sofort auf Weiter-Passe gedrückt hier. Lassen wir den Ball einfach mal liegen und kocheln eine Runde. Jetzt die doch mal... Hm. So, fünf Minuten und ein bisschen. Oh. Oh. Nein. Komm zurück, Jungs. Komm zurück. Nee, ja. Weiter zurück, bitte. Ganz stark. Super. Das muss doch viel schneller gehen. Richtig. So, Nachspielzeit läuft. Oi, wir kommen hier gar nicht mit. Oh, Gott sei Dank. Weg damit. Ach, und denn so eine Grütze. Die Pfiffe, das will ich anmerken, sind nicht gegen mich gerichtet. Nur gegen den Schiedsrichter. Nochmal Ecke. Ich glaube, jetzt gehen alle Mann nach vorne. Doch nicht. Der Torwart noch nicht. Okay. Oh, wichtig. Nächste Ecke. Ja. Pfeif ab. Pfeif ab. Oh. Es reicht. Hamburg gewinnt 1 zu 0. Wichtige drei Punkte für mich. Und für Hamburg natürlich auch. Ist klar. Oh, der war knapp. Ja, der knallte gegen den Pfosten. Ja, meine, meine, meine Güte. Alle Werte zum Spiel könnt ihr auf unserer Webseite nachlesen. FIFA-online-bundesliga.de Wir zeigen an diesem Wochenende ja alle Partien aus dem Oberhaus. Als nächstes auf unserem Zettel steht da Freiburg gegen Mainz 05. Alle Videos findet ihr natürlich auch online auf unserer Seite in der Mediathek. Könnt ihr gerne reinschauen. So, also, bis später. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. 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 Vielen Dank.